Das ist Christina. Christina hat den Teil fast nachgehäkelt. Die sind lange nicht nachgehäkelt worden, aber trotzdem wunderschön. Und heute tun wir sie nachhäkeln. Ich gehe mal ein bisschen mehr. Dann können Sie nach rechts oder nach links gucken. Da haben wir schon angefangen und hoch gemacht. Wir lassen sie auch mal so und dann gehen wir da bis hin nochmal von den linken Seiten, die es geworden ist. Danke, dass du dich bereit erklärt hast. Genau. So, Tina ist auch fertig. Ich gehe mal, oder drehe ich mal langsam um und dann kann man den Ansatz sehen. Von hinten vielleicht, drehe ich mal ganz nach hinten und dann gucke nach oben. Richtig schöne eigene Bedlocks, also ohne Kunstnarbe. Ziemlich lang geworden. Und jetzt ist es ein bisschen fest, hast du gesagt, aber das wird dann lockerer. Ja, fühlt sich gut an. Viel Spaß und schön, dass du da warst. Danke schön. So. . Untertitelung des ZDF, 2020